Kein Grieche ist je so weit über das große Meer nach Osten gekommen. Sie müssen äußerst behutsam vorgehen, wenn sie eine Stadt in diesem Land bauen wollen. Große Nationen stehen hier Schulter an Schulter und werden sie, die Neuankömmling, misstrauisch beobachten. Cassiopeia, die Königin von Äthiopien, wird besonders verärgert sein, dass sie so nahe an ihrem Reich bauen. Aber sie wird noch von größeren Säuren geplagt. Als stolze Mutter prahlte Cassiopeia, dass Andromeda ihre eigene Tochter schöner sei als Poseidons Töchter, die Nerida. Jetzt soll Andromeda den Kraken gefüttert werden und Cassiopeia ist verzweifelt. Wenn sie einen Weg finden, Andromeda zu retten, wird die mächtige Cassiopeia sicher dankbar sein und sie könnten eine wertvolle Verbündete gewinnen. Der flinke Hermes wurde ebenfalls in der Gegend gesehen, wo er nach Persos sucht. Der Gott sagt, er habe auf seinen Reisen etwas gesehen, das Persos nützlich sein könne. Solange der Krake frei ist, sind Handelsbeziehungen mit anderen Städten gefährlich und unzuverlässig. Bitten sie ihre Verbündeten oder Argos um Hilfe, wenn sie Probleme haben. So, auf geht's in die nächste Runde. Mit die östliche Grenze, Milet. Genau, das ist die andere Kolonie, die wir eben nicht ausgewählt haben. Statt von diesen Monsterschützen. Okay, den Kraken. Kommende Quest erfüllen. Äthopien regieren. Oh, was? In so einer Kolonie sollen wir jetzt? Oh, was? 16 Weizengramm für die Heimarschatz. 24 Holzbretter und 8 Bronzerbahnen. Oh, okay, okay, okay. Warte, wir gucken erstmal, was wir machen können. Wir können Gehobene machen. Wir haben nur Fisch. Okay. Ah, das ist Münzerei. Gibt es hier so Silberminen oder was? Warte, gucken wir mal gleich. Bild haben wir jetzt hier. Oh, ich glaube, wir bleiben jetzt länger hier. Warte, dann haben wir das hier. Mythologie. Okay, wir können Steuer einnehmen. Heiligtümer. Boah, das ist ja echt übel alles hier, ne? Das ist ja echt. Okay, 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 okay. Also, wir können. Doch, da können wir nicht. Wir können keine Oliven, ne? Wir können keine Bronze. Und Holz können wir auch nicht, ne? Oder? Seegemünde, doch. Holz können wir wenigstens. So, erstmal die Lage checken, ne? Wie sieht das denn aus? So, weiter unten geht's nicht. Da sind nochmal... Wildschweine, ne? Aber wir können ja nichts... Wir können nur Fisch nach Hilfe machen. Da oben, ne? Ah, einen Jagdhof gibt's ja auch. Ah, einen Jagdhof haben wir auch. Okay. Das ist so unser Jagdhof-Ecke hier, ne? Hier bauen wir alles rein und dann machen wir hier so das Viertel oder was. Da mal so eine... Hä? Okay, da gibt's auch nochmal Jagdhof und hier auch so Wildschwein. Ja, gull, 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 gull. Okay, also können wir nur hier an dieser Ecke hier nur... Ist das jetzt richtig? Eins... Zwei. Drei. Vier. Fünf kann man nur bauen. Für Fisch, ne? Alter, das wird ja echt übel, ja. Okay. Also hier kriegen wir was zu essen, ne? Wir können keine Wolle machen. Keine... Wolle können wir nicht machen. Wir können gar nichts machen. Oh, weia. Was ist das denn für eine... Ist doch gar auf dem Züten. Ach, okay. Ich würde mal sagen... Hier eigentlich machen wir jetzt mal das Viertel, ne? Genau. Einfach machen wir... So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Dann kriegst du eine Straße. Kohle haben wir. 2.300 nur, ey. Was ist das denn? Wieso so wenig Geld? So, würde ich das machen. Ich mache das immer falsch, aber egal. Egal. Machen wir den dann noch da. Und den machen wir weg. Und dann machen wir... Warte mal. Na ja, Spielpause weg. Da kommt der Aufpasser. Da kommt der Brunnen. Mitarbeiter benötigt. Okay, warte, warte, warte doch mal. Die kommen jetzt. Die Mitarbeiter kommen. Ja, nee, ne? Oh nein, falsch. So. Hm, ein Agora. Die brauchen wir einfach Agora. Die brauchen wir... Ah, so hin, ne? Weizen. Weizen. Genau. Ich kann mal... Warte, wieso habe ich nicht gebaut? Ach, ich bin ja echt... Einfacher, wo war mal gesagt, hier. Okay. Und... Geht da so eine Straße einfach. Einfach so eine Straße. Mit einer Sperre. Okay. Danke, dass du da drin geblieben bist. Ja, machen wir da das Silo. Und wir gehen direkt mal... Warte mal. Warte, warte, warte mal. Im Fischerhafen. Bauen die alle aus. Das ist jetzt, ne? Wir nutzen... Die Möglichkeit... So, man kann ja eh nicht bauen. Das ist alles. Was, das geht da durch? Okay. Dann baut er noch eine Straße. Und ein Aufpasser. So. Der macht schon mal das. Läuft er jetzt überall hier? Das würde optimal sein, ne? Der Aufpasser. Zypern entdeckt. Okay. Genau. Wo sieht unsere Karte aus? Zypern. Wir sind nie gleich hier, ne? Auf der Seite. Äthiopien. Das Gewaden. Gleichgültig. Zypern. Okay. Das wächst ja langsam alles. So, wir bauen jetzt wieder ihre Boote. Der läuft noch da. Kann sein, dass wir hier einen extra Aufpasser brauchen, ne? Oh, der läuft noch eine Runde. Warte mal. Lass uns den mal beobachten. Gesundheit. Äh, nicht Gesundheit. Gefahren. Ach, der läuft nur bis dahin. Okay. Ach, der eine, ne? Okay, der läuft nur bis dahin. Dann kriegt er mal so eine Sperre hier. Und, ähm. Und der kriegt er auch da. So. Kannst du das alles hier abchecken? Der läuft hier rum. Sehr gut. Und, äh, der ist auch so eine leichte Brandgefahr. So. Leute. Arbeiter benötigt, ne? Wir haben zu wenig, wie immer. So. Wir haben wie immer zu wenig. Das heißt, wir knallen hier alles voll wieder. Zack. Und zack. Lass die Leute herein. Okay, Kohle, ne? Haben wir denn? Ach. Was können wir denn exportieren? Ach so, wir können diese Minen machen, ne? Wo gibt's denn diese Minen? Die hab ich ja ganz vergessen. Gibt's ja irgendwo diese Minen hier? Äh. Sind das hier Minen? Da. Den blauen. Da. Silberherz. Haltiges Gestein. Okay. Hier ist sogar so eine Straße. Gleich, wo wir Arbeitslose haben. Die haben aber gar nicht gemacht, ne? Zypern blüht und gedeiht. Okay. Jetzt machen wir da auch nochmal die Straße. Aufpasser. Würde ich sagen. Mit so'n Aufpasser. Warte, wo ist der Aufpasser? Da. Der Aufpasser. So. Da machen wir jetzt mal diese Münzereien. Neu, ne? Eins. Hundert Personen. Okay. Machen wir erstmal zwei. So. Wir brauchen aber noch mal zu essen. Ich würd mal lieber so'n Jägerhof machen, ne? Die können doch hier sein, einfach. Eins. Zwei. Komm, ich mach vier. Ich mach vier Stück. Vier Stück. Ist okay. Ja, ich... Können wir hier schon jagen gehen? Oh, 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 oh. Drei tausend. Zwei. Wünsche Arbeiter benötigt. Äh, die brauchen wir noch essen, ne? Das heißt, wir brauchen noch so'n Silo. Ich gucke mal hier mal ein bisschen Fisch hier. Tja. Wieso man hat da jetzt... Machen wir alles, ne? Alter, das ist echt voll die Mission, ne? Wir waren die Truppe in Regierende. Wie soll man... Pfff, mal da. So, die sammeln echt Kohle jetzt hier, oder was? Nur Silber. Bald wird das Erz hier zu harter Münze. Ah, und ich sag mir mal Kohle, okay. Aber ist auch wieder kein Dings gebaut, ne? Äh. Kann ich den jetzt inbauen? Du kannst deinen Ecke. Du kannst deinen Ecke und ein Steuerbüro. Da gibt's wieder ein bisschen Geld, ne? So. Zinüsse rein. Okay. Da kommen ja welche. Da kommen ja die ganze Zeit immer welche. So, die brauchen wir noch diese Nahrungsmittel, ne? Da ist schon unser erstes Essen. Das gehen wir direkt mal frei. Lebensmittelhändlerin. Genau. So. Die holt das lecker essen. Der verteilt das. Okay, jetzt kommen die Leute wieder. Okay. Eieieieieieieie. Das wird ja echt übel hier. Was ist denn mit den Nachbarn? Können wir hier verkaufen? Marmor, Wolle und Olivenöl. Kauf Bronze. Treuzen, Wolle und Marmor. Da können wir das kaufen. Damit wir die weiterentwickeln. Wolle können wir hier. Und Olivenöl oder beides da. Okay. Minus zwei. Ah, ja. Dann unterstützt noch eine Käme. Okay. 2.408 mal. Danke. Also wir können noch Wolle und Olivenöl importieren. Wir müssen echt mehr Geld machen. Das ist anscheinend die einzige Möglichkeit. Wir können ja nichts produzieren. Wir können ja so Fisch oder so was verkaufen. Aber kauft doch keiner. Das ist unser Feind. Was macht Minus? Was macht Minus? Gar nichts. Zypern. Verkauft Bronze. Verkauft Wein. Minus. Was finde ich? Keiner. Käse und Wolle. Das war alles nicht. So. 272 Leute. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Seuche ausgebrochen. Nein. Ach du liebe Mütter. Dieses scheiß Kranke Nuss. Tu mal das denn jetzt hin. Geht das dann Wolle oder muss das so. Ich mach das mal. Mach das mal so. Das sind wieder diese kranken Bürger. Ja. Ich bin Herr und es wäre mich verriert. Dessen Bürger werde ich meine Schnelligkeit vermeiden. Da haben wir uns wieder so eine Seuche eingefangen. Ja. Die ist doch nicht. Zu essen. Wieso ist die so leer? Dann gibt es da unten noch so wild. Und dann gibt es auch noch. Na ja, 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 ja. Okay Leute, kommt mal rein hier. Kleine Leute benötigt. Zipon kauft mehr Wein. Das können wir doch alles gar nicht machen. Was müssen wir jetzt mit Wein? Ich muss mich veräppeln. So, Palast. Arbeitslose machen wir direkt ein paar Munzer rein. Damit wir mal über die rumkommen. 15 Leute braucht ein Stück, ne? Ja, wir kommen ja kriegen ja noch ein paar. So, das ist es. Die bauen jetzt Kultur, ne? Das war die Aktion. Ja. Versuchenschule. Grüße, sterbliches Wesen. Ich habe einen richtigen Quest. Tja, ich fasse das hier. Für uns sehen wir keine Belohnung. Das wird bei mir zu einer geraten. Und der sich da mit Hilfe von Flügel retten kann. Ich, Hermes, habe ein paar Sondalen Persos Gravels Nimmis verleihen werde. Schicken sie den Helden, um die magische Sondale zu holen. Okay, warte. Ich wollte jetzt erstmal die Schule machen. Also, wir müssen jetzt äh, so. die Heldenhalle verkehrt was wollte der nochmal haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Bestimmt ganz verrückte Sachen da. Alles klar. Eine Heiligtum der Athene. Eine Heiligtum von Hermes. 3.000 Trafmann und Vorderung Skulpturen. Alter, das ist doch echt übel. Ja, wir fangen an mit der Heiligtum von Hermes. Heiltum von Hermes ist, ähm... Hermes. Direkt hier neben. Ne, oder? Äh... Direkt, direkt, direkt. Dann nochmal hier unsere Heiligtümer. Es ist nur so viel Platz hier überall, ne? Ja, wir können kein Marmor abbauen, ne? Wir müssten alles importieren. Ganze Marmor. Äh... 500 Personen. So, 1600 fast, ne? Okay, das funktioniert ja mit dem Geld. Dann brauchen wir alles volle mit Minen. Silver Minen. So, ein Bauern uns nächstes. Oh, genau. Podium. Das war's, ne? Ein Podium. Einfach da hin. So, dann kommt der Philosophia. Und das war auch ne Wolle, ne? Jetzt müssen wir das importieren. Damit wir das machen, ne? Oder wir machen bis zu diesem Stadion mehrere Viertel. Was? Schenk Marmor später, was? Was? Äh... Dann machen wir doch hier unsere Ecke, ne? Warte mal. Machen wir das denn? Ich wollte das so machen. So. So, dann weitergehen. Und von mir aus kann er jetzt da... Ah, da muss da... Die Sperre, ne? Okay, warte, dann machen wir das. Der läuft noch darunter. Also können wir hier das Marmor entnehmen, ne? Warte, machen wir das direkt hier. So. Hier nehmen wir das Marmor. Annehmen. Schenk Marmor später. 21 Marmor, ne? 32 passen da rein. Alter, Alter, jetzt ist er echt hier. Kann der eigentlich auch direkt anfangen, ja? Mit Zuflucht von Hermes, ne? Zuflucht von Hermes. Für ein Peerple in den Ports. Okay, ich kann Marmor importieren, ne? Aber der gibt uns jetzt Marmor gleich. Seegemühle können wir auch machen für Holz. Genau, das machen wir auch. Alter, wo haben wir alles hier denken muss, ne? Geht die Seegemühle da unten? Ah, wo schenk Marmor annehmen? Sehr geil. Ja, komm, ich mach das mal so hier. Ich kann aber das ganze Holz noch abbauen. So, Lager machen wir direkt hier zweites. Ein zweites Lager bitte. Da kommt Holz. So, jetzt haben wir ja das Marmor, dann nochmal direkt hier das Heiligtum von Hermes. Der braucht da auch einen Aufpass, ne, oder? Er kriegt auf jeden Fall die Sperre versetzt. Vielleicht gibt es da keine Komplikationen da. Fenizia entdeckt. Fenizia, Fenizia. Da nochmal so ein Peer, ne? Der hat aber nix. Zypern. Verkaufsbronze. Weltheim. Genau, der macht uns diese Quest hier, ne? Geflügene Sandalen. Dafür machen wir das jetzt. Für den Persos, ne? Den Kraken muss man auch noch machen. Weizen, ne? Weizen. Holzbretter. Brauchen sie Waren. Können wir auch einkaufen. Wenn wir ein bisschen mehr Kohle hätten. Was ist denn mit dem Geld hier? Bei voller Beleksach werden Münzen mit optimaler Patient aus Silber geprägt. Okay. Geprägt. Die Münzerei lässt Silber schmerzen und verwendet. Es ist ein harten Drachen. Wow. Okay. Okay, Atena. Arbeitsloser ohne Ende. Das heißt, wir gehen ja weiter auf die Staatskasse mal auffüllen. Münzerei. Haut rein, Leute. So, viel Betrieb hier. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass das jetzt mal reicht. Ja, guck mal, wir haben wieder Minus, ne? Ah, nee, ey. Hoffentlich kommt jetzt mal viel Kohle hier. So, der braucht einen Kunsthandwerker, ne? Du brauchst einen Kunsthandwerker, dann kriegst du den auch. Jetzt haben wir schon mal Holz. Wo können wir jetzt Skulpturen, ja? Skulpturen verkauft keiner, ne? Genutzt jetzt immer noch nicht da, der auch nicht. Wo sind die Wiede? Ist der unsere Stadt? Ja, ja, ist ja klar. Skulpturen verkauft keiner, aber der verkauft Bronze, Zypern, ne? Damit könnten wir Bronze machen, denn wir haben ein Bildhauer-Atelier. So, das ist aber ein Pier. Das heißt, wir müssen hier einen von denen wegmachen. Von Argos, danke, nochmal 2000. Danke, danke, Leute. Ja, Zypern kann man nirgendwo machen, ne? Oder? Handelsposten, Zypern. Können wir jetzt so bauen, oder was? Warte, warte, warte. Das ist doch kein Pier. Dann brauchst du ein Zypern. Oh, okay. Können wir Bronze holen? Genau, so war das, ne? Zypern. Yes, 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 yes. Bronze. Können wir einkaufen. Und der Bildhauer-Atelier. Wie viel brauchen wir denn davon noch, alter? Das ist doch hier schon alles ausverkauft. Okay, jetzt der legt hier los. Ja, Bronze. Ich will mal gucken, wie das Geld so läuft. Das müsste jetzt eigentlich gut sein, ne? Wo muss ich jetzt hier gleich hier noch ein zweites Viertel bauen. Zum Beispiel so. Eins, zwei. Dann geht's auch da rüber. So, und der Aufwasser geht aber nur bis da jetzt. Und sie kriegen noch einen anderen Aufwasser. Und sie kriegen auch einen anderen. Warte. Wie tun wir den denn? Wie würde er da passen? Ne, ne? Oder? Können wir das mal testen? Also keine Straße, so Quatsch. So, der dreht ja fleißig seine Runde, Aufpasser. Jetzt geht er wieder nach Hause, ne? Ja. So. Nochmal Platten, Holz und Skulpturen. Ich hab das Gefühl, dass das mit der Kohle immer noch nicht so richtig läuft, ne? 50 Arbeiter mit Feuer in der Stadt. Was? Warum? Hä? Oh, da keiner hingeht, oder was war das denn? Die Segelmühle, ne? Ah, da geht keiner hin, ne? Warte. Okay, mach das mal weg, bitte. Da kommt er mit dem Eimer Wasser. Da geht's ja gar nicht hin, ne? Wer kippt denn dann direkt? Okay, jetzt geht's aber ab hier. Kippt nun. Alles klar. So, 50 Arbeiter bin nötig. Die brauchen nur Wolle, ne? Essen haben wir jetzt da ordentlich. Tja, also wir machen jetzt noch ein Viertel, oder wir kaufen jetzt Wolle, ne? Von Argus, aber Argus, Argus war das doch, ne? Argus hat Oligo und Olle. Aber das war ja, wie Pia war das? Argus war ein Pia. Das heißt, wir müssen jetzt hier einen Fisch wegmachen. Aber sonst keinen Platz mehr haben, ne? Das geht nirgends wo. Ungerne, echt ungerne, ungerne. So, Kohle. Tja, was machen wir jetzt? Wir brauchen jetzt mehr Leute. Portieren. Wir haben ja eh so wenig Kohle, ne? Sie bringt das hier gar nichts, habe ich das Gefühl. Ich könnte jetzt hier so ein zweites Viertel machen, oder? Ja, das passt jetzt gar nicht, glaube ich. Ja, das würde gar nicht passen. Hier würde noch eins passen. Ich habe noch nicht so viel Kohle, dass ich jetzt da die ganze Zeit importiere. Das ist teuer. Genau. Also machen wir hier eins, zwei ein Haus. Und eins, zwei die Straße. Warte, bis da. Was hat er es, ne? Okay, wir machen schnell mal hier so ein Viertel hin. Gehst du mal weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 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 acht. Warte mal, unten noch vier nach oben. Eins, zwei, drei, vier. Zwei. Ja, zwölf Viertel gibt es auch in der Steuer, ne? Doppelsteuern. Oh nein. Ah, wo schenkt Marmor an den Bass? Jetzt kommt der Kraken, guck mal wie der aussieht. Bleib bloß da oben, du Kraken. So, ich brauche hier nochmal ein Silo, ne? Das ist nämlich gerade. So, das ist ein Silo noch. Kann man noch das ganze Essen bringen. So, die warten hier alle da. Ich sag nix. Ich sag nix. Und ähm. Jetzt machen wir noch mal ein Brunnen. Oh, das wird doch noch ein bisschen verschönern hier. Ja, alle. Zack. Wir brauchen halt Arbeitskräfte und die sollen sich hier alle wohlfühlen. So. Einfach mal rau. So. So. Was? Ach, die sind ja im Weg, ne? Deswegen geht das nicht. Geht weg. So. Wir brauchen halt Leute. Wir machen das jetzt erstmal so, bevor wir jetzt importieren. Guck mal. Irgendwie so richtig läuft das nicht, ey. Ich brauche jetzt hier nochmal alles voll mit Minen. Das ist unsere einzige Möglichkeit jetzt, ne? Was ist denn so ein Schwachsinn, ey? So. Was will der denn jetzt hier? Der hat bestimmt kein Holz oder keine Skulpturen, ne? Äh. Okay. Dann importieren wir jetzt mal ein bisschen Bronze. In Kauf. Bix 60. Machen wir elf. Und da braucht ihr eine Bildhauer Atelier. Du kannst Holz und Skulpturen annehmen. So. So. Und hier machen wir hier den Trick, ja. Die darf von Verbindung, ne? Die darf von... Ah, ne? Der darf da nicht dahin. Nein. Nein. Ach, nein. Immer passiert mir das. Immer. Geh wieder zurück an dein Viertel. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, wo da jetzt hinläuft. Geh zurück. So. Du kriegst die Verbindung und dann kriegst du hier so eine Spreche. Und so kriegst du auch die Spreche. So. Das Silo ist auch noch voll. Sehr gut. Arbeiter benötigt. 36 Gramm. Ja, aber kann die genug haben, ne? Ich hau die jetzt alle rein. Kommt alle her. Dann kriegst du ja noch mal hier den Finanz-Typ. Und ein Podium kriegt ihr auch direkt. Direkt auf das Podium. Und eine Klinik. Habt ihr auch noch, ne? Mal gesagt, jetzt ist eine Klinik. Kommt direkt da dran. Und eine Philosophenschule, ne? Philosophenschule. Jetzt kommen wir hier mal ordentlich Leute her. Okay. Unterstützung von Trollysen. 2004. Das ganze Geld. Wieso mag ich keinen Puls? Ich mach nur Minus die ganze Zeit. Ich hab nur ein Baum bin, ne? Oder was? Ach. Echt. Das ist so mühsam. Die Sachen jetzt für den klar zu machen, ne? Wolle. Skulpturen. Okay. Die fangen schon mal an mit Skulpturen. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal gut. Haben wir das schon mal gebaut. So. Arbeiter benötigt. Immer wenn Leute benötigt. Da setzen wir direkt hier die Marktfrau dahin. Einfacher Agora. Nöge ich an mich. Ja, Dinge. Guck mal, der hat unsere Häfen kaputt gemacht. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Was ist das denn? Mann. Tausend Personen. Warte mal. Wisch haben. Kostet einfach alles wieder Geld, ne? Oh. Arbeiter benötige ich. Ja. So. Die holt jetzt auch das Essen. Hat sie ihn an. Wer mich verehrt. Dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ich baue da noch so ein Bildhauer Atelier. Kann er noch mal Skulptur machen. Die haben ja eh Bronze jetzt hier im Lager. So. Die entwickeln sich jetzt auch. Genau. Gleich kommen ohne Ende Leute. Die tue ich alle gleich. Guck mal hier. Die sollen alle Minen abbauen. Haben wir noch eine Mine hier in vorne, ne? Das ist die einzige. Nein. Keine Mine. Dann muss ich das hier voll machen. Das bringt ja nichts, ne? Guck mal, wie viele schon. Er zählt 200 Silber. Ja, da kommen die Leute. Vielleicht, weil wir auch die ganze Zeit immer auf Arbeiter benötigt sind, ne? Kann man mal ein bisschen auf Plus gehen. Da, schon mal eine Skulptur. Sehr gut. Sehr gut. Holz und Marmor. So, jetzt mal reinhauen hier. Leute, aber Arbeiter benötigt. 544 Leute. Die tue ich alle für die Minen. Ist mir doch scheißegal. Das wird ja echt ein harter Kampf hier. Das ist der Athen. Ja. Das ist der Athen. Das ist der Athen. Ich klasse da schon mal hin. Das ist der Athen. Ich klasse. Ich klasse da. Das ist der Athen. Ich klasse da. Naja... Boah, hier ist Hochbetrieb! Da haut mir alles wieder kaputt an, ne? Der Krakel! Bald knacken die Knochen! Da macht mir alles Platz, ja? Aber das hat überhaupt keinen Sinn, ja? Das immer aufzubauen, ne? Da baue ich vielleicht lieber noch ein paar Jägerhilfe Guck mal, wo laufen die jetzt hin? Woanders, oder? Ich baue mal hier ein bisschen mehr hiervon, ne? Eins, zwei, drei, vier Ja 248er Arbeiter benötig Die gehen automatisch da in die Ecke Sehr gut Dann sollen wir das alles sammeln Dann muss ich da nix bauen Ja Ich will jetzt kein Marmor importieren Vielleicht können wir das alles geschenkt Ähm Ja Alles Dionysum Und 10er Zufluste Sermos fertiggestellt Sehr gut Boah Boah Marmorplatten Ja verstehe ich ja verstehe ich nicht Die müssten jetzt eigentlich voll reich sein Wie viel Minen soll ich denn bauen? Ja Argos Befehle treu Ich schieb mal ein paar Marmorplatten Ja Wie China Bekauft hat Woll am Käse Bekauft Marmor Und so schüttert's Ha, da ist hier was los da unten, ne? Null Arbeiter benötigt endlich Null Arbeiter benötigt endlich Null Arbeiter benötigt endlich Jetzt machen sie wenigstens unser Silo voll Ah, da hast ja nix mehr zum kaputt machen Aha Vielleicht schaffen wir das auch so, ne? So, Hali von Athen Die müssen wir noch machen Und Kohle Und 16 Stränge Die kaufen wir dann aber gleich dann ein, ne? Sechs Kulturen Zählen noch irgendwas Und Porte Ok, wir importieren so viel auch, ne? Stopp Wir haben jetzt ein paar Skulpturen gemacht Erstmal eine kurze Pause Da ist die nächste Skulptur schon fertig Ah ja, Gott Hämmer beten Da wollte ich mal beten Dann geht alles schneller Und alles besser Und Da fühlt ihr auch Die Forderung Dann Und Dann Und 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 tun kann das auch gar nicht jetzt bauen weil wir auf minus sind 10 doch das geht nicht okay dann haut mal rein 10 und braucht 8 skulpturen 55 mal platten und holz auch noch okay okay ja 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 minus 3500 warum warum haben wir so viel minus geschürfte silber 2000 geschenk erhalten ausgaben 4.000 für den bau ich brauch nichts mehr es sind nur 2.000 wer soll es der utopien regieren alter was für eine mission holzbretter machen wir gleich voll wenn wir die halbistümer haben die krake ist niederzustrecken so bauen wir weiter hier das heiligtum jetzt kommt auch noch weiter das ist echt krass steige wolle ich habe mal gesagt skulpturen 6 auf lager die braucht auch schon 8 das ist echt übel so ich habe doch jetzt keine ausgaben mehr wieso geht das nicht langsam nach oben september warte mal geschwindigkeit die krake ist immer noch da ja persis krim samus beschaffen wie kriegt man denn die krake weg ich weiß es nicht echt das leben muss nicht unerfreulich sein wer mich verehrt der wird das schnell fest die mission ist aus na geht langsam ne minus ok ich mach mal ein bisschen schneller jetzt muss man langsam ins plus kommen oh ne argus fordert holz an argus ne den muss man das machen weil der gibt uns die ganze zeit die dinger ne das gibt uns immer hilfe holz warte du mal kurz mal holz an holz annehmen warte nicht so viel holz jahrestag der verschuldung oh gut ein weiteres jahr ist vergangen sind die immer noch verschuldet die arbeiter verlangen nach ihren löhnen und wenn sie die schuldung nicht bald werden sie wirklich sehr unbeliebt werden hm ich hab nix zu handeln echt so wo haben wir denn jetzt hier holz normaler betrieb ach der füllt doch die die forderung oder nicht ne ok er hat ihm erst vor kurzem geholfen kann nicht immer für sie da sein was 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 ist das denn für einer argus was weiß ich für der denn hermes ne mal mal drücken für die quest hermes weh ok da kommt ja der held ne ich hab ja noch keine argus wieso zeigt er mir nicht argus zählen in der stadt ok bringt noch ein bisschen holz leute aber was ist los was schenkt marmor an was ist los cool dass sie uns marmor schenken trotzdem kriegen wir hier also ein bisschen holz noch Noch eine Sägemüge Aber ich kann ja nichts bauen Nein Da werden Minus sind Das gibt es nicht Alter das ist echt so übel 43 Schmarmerplatten noch Damit ich halt den Typ auch eine hole Was ist das denn für eine Mission Echt Geschwindigkeit bitte Arbus fordert Holz an Genau das wollte ich schon machen Können wir jetzt mal so viele Forderung schicken Ja Habe ich ihn geschickt Okay Damit wir so Buddies bleiben Können wir die Skulpturen verkaufen Das wäre doch mal was Skulpturen verkaufen Wer kauft Skulpturen Also eine coole Idee Aber leider Da ist der böse Ägypten Rüstung verkauft Kauft Holz und Wein Was soll ich denn mit Wein Kauft Marmor Kauft Kann man alles nichts mit anfangen Käse und Welle haben wir alles nicht Wolle nicht Marmor nicht Bronze nicht Holz und Wein Den können wir mal Holz verkaufen Ägypten Und Wein Was ist denn mit Phinizia hier Wieso Da Wein und Holz Tja Also Ägypten könnte man Holz verkaufen Aber der Kauft Der hat uns Äh alles platt Hier Können wir eh Da nichts hinbauen Alter So Heiligtum 32% Okay Wir gehen langsam Wir sind schon bei 1700 Minus Weiter Geschwindigkeit So Aber ich schätze sie Weniger Dass sie mit der Erfüllung meiner Frau So viel Zeit gelassen haben Wie so Zeit Ey Ich hab dir die dort geschickt Das Leben muss nicht unerfreulich sein Wer mich verehrt Der wird das schnell feststellen Wohnungsmangel verändert Anwanderung Okay So Mal langsam Wir auf Plus gehen Ja Es sagt ja Verschuldung Okay Da Verdammt Was Argo schenkt Marmor Annehmen Komm Gehen wir mal auf Plus Geld Verändern Anwanderung Okay Wir sind hier wieder auf Plus Geil Sehr gut Grüße von Wir auch nicht So Langsam geht's voran Alter Was für eine schwere Geburt hier So Was machst du noch Drei Skulpturen Marmor Holz Quasi alles Wart mal rein Leute Es gibt eine Menge Unruhe in der Stadt Geschwindigkeit Wieso gibt es eine Menge Unruhe in der Stadt Tatsache die rebellieren Irgendwie weil wir Schulden hatten Warte jetzt gibt es ja mal so einen Wachposten Warte warte Wir haben keinen Wachposten Nein Ey Uns geht's doch gut hier Warum Warte Es gibt eine Menge Unruhe Warum Wir haben sind doch im Plus Wir haben zu essen Waren die Randale hier Meinen Sie echt Sie könnten Leute zwingen In miserablen Wohnungen zu leben Und Sie dann für Ihre Dienste Noch nicht mal bezahlen Freiheit Was In miserable Wohnungen Wir portieren gleich Wolle und Olivenöl Dann wohnen Sie alle in viel bessere Aktionen Wir können keine Wachposten machen Okay Ihr habt jetzt keine Bronze mehr Deswegen können wir keine Skulpturen bauen Was brauchst du noch? Zwei Skulpturen Komm ein bisschen Bronze müssen wir holen Oh mal ein bisschen Bronze Geschwindigkeit Okay Bronze haben wir geholt Zack 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 Die machen noch eine Skulptur Dann ist das gleich fertig 8 Mauerplatten 4 Holz Okay Hier kriegt es Es gibt eine Menge Unruhe In der Stadt Aber ich kann doch jetzt Sowas nicht importieren Wer war das denn nochmal? Der Argos Argos Ist ja ein Pier Ist alles ein Pier Und tja Und tja macht das alles kaputt Aber nicht Jetzt mach ich mal die Straße mal weg Machen wir mal so einen Test Wir können sowieso nichts importieren Aber sind die Minus Was für ein Was für ein Was für ein Was für ein Nichts mehr Einkaufen Das ist ja echt Marmorplatten Argos Argos Schenken wir uns Marmorplatten Was Ansehen Ist verbittert Nein Hab ich das jetzt verkackt Verkauft Kauft Bronze Soll ich denn jetzt Bronze Schenken Ich hab doch eh keiner Jetzt aber Und nur der hat Marmor Kauf Kauft Marmor Okay Nur der Argos hat Marmor Und der ist jetzt verbittert Weil ich den Ratholz nicht Rechtzeitig geschickt habe Was soll ich denn jetzt dazu sagen Wer mir huldig dessen Stadt wird von meinem geliebten Hund bewacht Okay Skulptur Was ist jetzt Also irgendwie Weiß ich nicht So Was Fehlt denn jetzt Noch Ein bisschen Schon noch Marmorplatten Wir können Den Jetzt So Mal Den Mal So Argos Mal Bisschen Holz Schenken Vielleicht ist er Dann nicht mehr So Verbittert Oh Schenken Marmor Okay Bitte nehmen sie das Geschenk Meinen besten Wünsche Dann Okay Der ist wieder Buddy Aber wirklich Trotzdem Vielen Dank Okay Jetzt braucht er die weiter Okay Die nächste Skulptur Punkt blau Der 10e Fertiggestellt Okay Benötigte Mitarbeiter Warte Geschwindigkeit So erstmal sammeln Erstmal sammeln Warte 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 So Jetzt hat er die 2 Jetzt braucht er noch Kohle 3000 So Skulpturen Macht er jetzt weiter Wir müssen Ich verstehe das nicht Dass das nicht so viel bringt 20 Arbeiter benötigt So Wir sind im Plus Bisschen So Wie war das jetzt hier Können wir hier Ich portiere das jetzt nicht Das können wir uns nicht Wir müssen das hier Portieren Bronze Ich baue lieber hier noch ein paar Wohnungen so Einfach 2 Passt da Na und Na Die Menschen essen zu viel Meint er So So Tragmann Strenge Wolle Strenge Wolle Okay Wir müssen Das machen Äh Mit Argos Ne Pier Argos Oh Da passt das Oh Ich warte Das ist nicht kaputt Hier Ne Eine böse Wolle Ich brauche Wieviel braucht er 16 Wolle Braucht er Ne Wolle Machen wir 16 Okay Dann machen wir das Dann braucht er noch Die Skulpturen Ach ja Ach ja Oh da kommt er jetzt Nicht dass er mir die Wolle kaputt macht Warte Wolle Warte 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 Ganz ruhig Dann macht er jetzt den Wappen kaputt Ne Das gibt es doch alles gar nicht Ich habe die Wolle bezahlt Alter Ach Wieso ist das denn so scheiße Wieso ist das denn so scheiße Das ist nicht unerfreudig Das ist voll die scheiße Ja Agus Bring uns bitte Wolle nochmal Einkauf Wolle Zwölf stück Aber 16 waren das 16 Du sollst Wolle holen Jetzt kommt er wieder hin Nein Geh weg So Arbeiter benötige ich Dann brauchen wir den hier nicht 20 20 Arbeiter Minus War es Wie Warum War es Wo Ach ja Da haben wir jetzt die Wolle Komm Komm Schnell Leute Holt mal die Wolle Bevor er wieder kommt Mach schnell Das Lager voll Alter Das sind ja hier Zustände 12 hat er jetzt geholt 13 Soll er Aber okay So Mehr hat nicht gepasst Alter Ich Nochmal Wolle Und 6 Skulpturen 3 haben wir So Das das so wenig herbringt Das verstehe ich echt nicht Jetzt macht er die kaputt Wenigstens haben wir die Wolle gerettet Okay Minus Was ist das denn Geschwindigkeit Jetzt müssen wir aber lange Wenn wir wieder Plus haben Gehen wir jetzt nichts aus Marmor Schenkt Marmor Oh nein 28 Marmorplatten So Warte Das Leben muss nicht unerfreulich sein Wer mich verehrt Der wird das schnell feststellen Und dann kriegst du jetzt nochmal Bitte lassen Sie mich eine offene Forderung erfüllen Oh der macht das jetzt Hermes Hilft ihm Okay Lass mich auch eine Forderung erfüllen Tom Da ran Die sind ziellos Und dann Okay Lange rein Arnst du Tasten Okay der macht das Okay Siehst du Hat er wenigstens was gutes Lass mich jetzt mal bitte hier das Arbus bauen Arbus schenkt Marmor Später Warte mal hier Arbeteuer Geschwindigkeit Wir müssen mal so ein Lager bauen Und dann kommen wir uns auf zwei Mit Marmor Sack Und dann haben wir hier Marmor So jetzt bring uns mal die westliche Wolle Bitte Arbus Wie viel haben wir jetzt? Zwölf haben wir ne? Also brauchen wir noch vier Stück Und mal vier Stück Dann hat er die Arbeiter begleitet Was ist denn mit der Nahrung? Arbus schenkt Marmor annehmen Okay So Haben wir jetzt hier die Wolle Skulpturen ne? Da müssen wir noch mal ein paar Bronzer einkaufen Und dann nicht mehr einkaufen Der macht die sowieso jetzt kaputt ne? Echt das gibt's da nicht So wir haben aber die Wolle jetzt ne? Genau 3000 Dachmann Denke ich mal Wird das irgendwann mal gehen Das Leben muss nicht unerfreulich sein Geschwindigkeit Okay Okay Lass mal hier mal wissen Voranlaufen Übrigens Du bringst Bonzer Die bauen jetzt nochmal Du kannst hier auch Marmor Ähm Skulpturen annehmen Das Leben muss nicht unerfreulich sein 3.000 Dachmann brauchen wir jetzt noch Kann man noch irgendwas bitten hier? Geld anfordern? Da gibt es uns bestimmt Geld ne? Und dann sind's Geben die auch noch Geld Geld und du Fordern Wahnsinn ist nicht hoch genug ne? Kannst du mal ein Geschenk haben? Zum Beispiel Holz Komm Abstück Annehmen Okay Marmor Schick uns ohne Ende rein Ne? Äh Bronze nicht mehr einkaufen Ne? Das wollte ich doch nicht mehr einkaufen Annehmen Äh Habe ich jetzt Bronze wieder gekauft Ne? Das war teuer Nicht mehr einkaufen So 2.000 Gleich haben wir 3.000 Ne? Das Leben muss nicht unerfreulich sein Wer mich verehrt Der wird das schnell feststellen Halt ist dann Marmor Okay 3.000 Warte Geschwindigkeit Ah Da Ruf nach Perso Alter Was für ne Scheiße Ich Mann So Wir haben hier ja immer noch nichts gemacht Ne? Wahnsinn Graben Für die Holzbretter Kann man jetzt sammeln 3 auf Lager 3 Noch 5 Brauchen wir Ne? Immer noch 5 Kannst du bringen Weizen Wo können wir denn Weizen Kann man keine Weizen machen Okay Der eine steht da jetzt rum Der hat ja nichts Ah Der hat ja jetzt die Bronze Geholt So Du hast jetzt gar nichts mehr Geh es weg Dann warst du noch deine letzte Skulptur Dann mach ich auch weg Wir brauchen Wir brauchen die Für die Kolonie 0 auf Lager 16 auf Lager Holzbretter Arbeitsloser Wie kommt das denn? Hier macht hier Nur Holz Weizen Wer hat den Weizen? Verkauft Weizen Ägypten Das gleiche Spiel Jetzt mit Ägypten Nochmal machen Okay Den hat er kaputt gemacht Kann man den Weizen hier lagern? Tatsache Holen Ne? Volle braucht er jetzt nicht Weizen 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 Bei Ägypten Warte Wie viel war das? Bei Ägypten 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 Weizen Einkauf 16 Warte Die Weizen What a shit Ich bin Perseus Niemand kann mich aufhalten Okay So Jetzt haben wir den gerufen An Perseus Ja Perseus Da ist er Los schicken Machen wir das schon mal So Essen ist ganz übel Essen ist echt ganz übel Oh nein Jetzt macht er das wieder kaputt Wer mich verehrt Er wird er schnell feststellen Das gibt es doch nicht Wir können keinen Fisch machen Und hier sammeln wir die nicht Oder was Guck mal Oh Mann Wir müssen die holen Wir müssen die Weizen holen Es gibt keinen Weg vorbei Ägypten Weizen Einkauf 16 Okay Okay Minus 12 Aber warum Es gibt es doch alles gar nicht Marmor Schenkt Wein Später Nicht Wein Marmor Was geht das hier los Da kann ich denn nicht bauen Warte Marmor Annehmen Da hat soeben einer Marmor gekauft Keine Exporte Das ist wieder so ein Pier Das ist ein Pier Da haben wir zwei Häschen Okay 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 Schnell Schnell Holen Leben Nicht Annehmen Kann man das irgendwie doch hamstern Oder nicht Ne Sonst nicht mehr Das die Augurafrau Jetzt Ja Bleibs Normaler Betrieb Gesamtmenge War das denn Kann man das nicht In Vor Weizen Das klick Die Jahre zu hamstern Da Reporter Amor Schreckt Amor Okay Klick Um Hamster Die Jahre zu stoppen Ey Das hat sich jetzt da reingetan Das gibt's doch gar nicht Was soll die Scheiße jetzt Echte Ich hab das doch gehamstert Nichts annehmen Nein Nichts annehmen Das gibt's doch gar nicht Echt Ich hab kein Geld Ich hab gar nichts Das macht echt keinen Spaß So So Lars Skulpturen Habe ich hier 80.000 Jetzt Keiner kauft die Hier Holzfretter Kann ich schon mal sammeln Ja Ist das echt Ich hatte die Weizen nur gehabt Jetzt hat er die da Tja Drei Lautungen Bronze 100% abgeschlossen Der braucht noch mehr Bronze Oder was Kommst jetzt direkt weg Hier Das gibt's doch alles Gar nicht Echt Wer hat denn jetzt Marmor gekauft Das ist so ein Pianer Ja Zypon Oder was Ach Echt Das ist doch alles Hier zum Heulen Kauft Marmor Toizen Na toll Pia Toizen Ist auch alles Pia Das Pia Da machen wir das alles kaputt Ich kann das nicht importieren Was für ein Dreck Echt Ach Ne Weizen Die Ware Zu stoppen Ich verstehe das ja nicht Klicke Um So eine Ware Zu stoppen Ja Nichts zu essen Also Gar nichts Kannst du direkt Hier löschen Alles Etopien Regierne Wie soll ich die Regierne Die Krake ist niederzustrecken Hier Ich hab echt Keine Ahnung Ich CNI Wie Sie weizen wären direkt ins lager da hinten bitte wieder zurück aber ganz schnell wir können nur landarbeiter, wir können auch Olivenöl machen verkauf kauft jemand Olivenöl so das weizen zurück und die bringen jetzt hoffentlich mal zu essen hier ich muss den jetzt noch mal bauen wie war das? was gibt den oder? keine ahnung weizen kauf mal einen hier wie viel haben wir jetzt? acht und wie viel sollen wir heute haben? weizen noch mal acht acht stück einkauf bitte an den holen da kommt er schon zack 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 ja acht weizen komm schnell das schafft ja der krake wurde erschlagen sie wurde gewissen ok da ist er geil mit dem floß ist er reingelaufen die greien doch recht was braucht man einen mund voller zähne wenn man nichts zu essen hat ja wie sind wir jetzt hier alles das ist alles so schwerer wer so ist so jetzt haben wir jetzt hier das ganze lager voll oder was wie sollen wir denn 20 weizen jetzt stopp stop 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 weizen einkauf nein wofür haben wir das gemacht? für die kolonie was haben wir denn? Weizengraben ok haben wir das auch jetzt brauchen wir Bronze so weizen brauchen wir jetzt viel zu wenig warte bra weizen und ruhe ok äh was wollte ich jetzt machen ich wollte hier das essen gucken Arbeiter benötigt weizen weizen ich kann die jetzt auch nehmen das Weizen ne der toten wird was sein ok ganze Volk und der Herrschaft wir werden ihn freuen echt ähtopien ich wollte dich doch regieren oder nicht? öh guck mal wasal haben wir das auch gemacht ne noch 8 bronxer alter das war ja echt ne komische Mission hier so das ist auch unser Freund ne was verkauft der denn? ähtopien Wein nur Wein ne alter das hat mir jetzt nicht so gefallen ne ähm wir brauchen noch bitte wie viel waren das? 8 ne? 8 umzubauen brauchen wir einmal bitte ähm Arztstück Einkauf das ist mir egal ob wir jetzt pleite gehen rück die bronxer rüber da ist die bronxer so dann nehmen wir die auf sammeln alter ist das übel jetzt haben wir wieder minus Moldarbeiter benötigt Grüße von Hades trotzdem kriegt er jetzt Fischerhafen ne? weil jetzt ist er ja weg blöde Krake da alter jetzt kriegt er mal wieder was vernünftiges zu essen 38 Leute benötigt ja die kommen jetzt hier einfach so zack 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 überall dahin ja ich kann die jetzt noch nicht mehr erinnern aber gleich kommen die ja Milet ist eine wunderbare Erweiterung des Reiches die Stadt wird in Zypern Ägypten und Phönizien geachtet die alle mit Milet Handel treiben um die erlesensten griechischen Wagen zu erstehen durch Milet wird Argos Zugang zu den wertvollen Gütern haben die diese drei Nationen bieten Königin Cassiopeia ist ewig dankbar dass sie mitgeholfen haben ihre Tochter vor einem grässlichen Tod zu retten und hat sich ihnen angeschlossen als sie Milet verlassen haben hat sie freundlich angeboten in ihrer Abwesenheit für die Kolonie zu sorgen Herseus ist nun im Besitz der geflügelten Sandalen das Schuhwerk könnte in naher Zukunft höchst gelegen kommen Puh so das war die örtliche Grenze das war eine schwere Geburt echt Alter so weiter gehts